Wer das ist, brauche ich jetzt nicht vorstellen, oder? Oder vielleicht doch, er spielte einmal in der österreichischen Nationalmannschaft und das... Wie lang? Fünf Minuten. Fünf Minuten gegen wen? Slowakei. Thomas Hickersberger wird in der Rapid Viertelstunde am kommenden Freitag um 19.15 Uhr mein Gast sein. Er wird uns einiges erzählen. Wenn man jetzt sagt, wir haben hart daran gearbeitet, dass Kreativität zurückkommt, wir haben hart daran gearbeitet, dass Leichtigkeit zurückkehrt, das ist ja absurd. Und darum ist es ja so spannend, Trainer in einer Fußballmannschaft zu sein. Wir freuen uns. Auch der Hickersberger freut sich, obwohl er normal immer sehr zurückhaltend ist. Selbstverständlich. Na eben.